ARD Text im Auftrag von Funk 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 stimmt films oder toby das glaube ich nicht lenny das ist eine lüge scheiß spot hier die hier sicher ja war ein köpfchen oh gott von pool werde ich auch beschossen ich häng fest was nicht häng fest ich habe es gesehen ich habe aber genauso hatte karte so die karte so die karte so die rausflaschen wollte ja wenn er wenn er damit in spawn flash eine zehnte sekunde ja auch gerade sehen oder ich auch machen und ich hab's jetzt trotzdem war wusste ich gar nicht nicht wusste ich die knapp wird zeit die knapp wird zeit das lügt toby du musst pläten das weißt du ja ach ich muss pläten nein du musst schützen wie toby nicht glaubt ach ich muss pläten ich hab nicht drauf kochen dann muss ich eben wieder zu b laufen mann ok kann nicht wahr sein hast du willst mich schon so weg gemacht übrigens habe ich mit acr weggeballert ich habe langsame reaktion habe ja ja ich bin ja nur scheiß waffen einer bei lieferauto das ist nicht wahr das ist eine gute ansage ja der war direkt hinter dem ding ich dachte du hast es gesehen du bist mir hinterher gelaufen äh was ich habe das angenommen ich habe das gesehen ich habe das mag ich ich habe mich genau in die andere richtung geguckt der hätte mich von hinten gefüstet dann was machen wir hier gerade wir gehen nach vorteil oh man ey wir fieden junge wir fieden der gerade richtig professionell war professionell mhm du krasse Hure das kann nicht wahr sein wo hast du beworben du bist aber auch nicht gerade gut ey ich habe wenigstens kill im gegensatz zu dir wo ist denn der wo entschießen du der war by the way an den automaten in der mitte war er ist wahrscheinlich zu a spot rein ich bin mir nicht sicher der war dann hinterm baum deswegen habe ich nicht mehr getroffen jup ok pool ach scheiß Camper ey ich sag ey Willi ich habe 50 punkte Alter man der Tastatur schwitzt hart ja weißt du ich meine jetzt für alle Zuschauer mal ernsthaft weißt du Thorsten ist immer der schlechteste aber der spielt auch immer am meisten ja Thorsten ist aber gerade der beste während wir alles andere auch spielen ich habe die letzten Wochen gar keinen call of duty gespielt ne nein natürlich nicht ich spiel's call of wookie ey call of wookie call of wookie call of wookie nein das war doof ähm Haus gegenüber von spot ah das ist für die ey machen wir das nochmal ich bin gerade mit dem an der shop das war nicht so gut das war nicht so gut wahrscheinlich auch Bailout Bailout ist scheiße keiner mag Bailout ganz ehrlich Bailout ist die beste Map ey Bailout ist scheiße keiner mag Bailout ganz ehrlich diese Irun erst mal ein bisschen Sport machen danke erst mal meine Position ah bei uns am Spawn so ein Idiot Thorsteny Inkompetentes Abgefucktes Unlustiges Hässiges Dreckiges Stück Scheiße Wer hat 6 kills 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 aber war Prozent weiter aber immer auch gemacht hat und jetzt krieg ich die Rache na gut das wird das natürlich dann seien wir sind die dänistischen Rambamarte als wir hatten so denke ich einmal dran er sagt er wird alle mal auf weiter das haben wir warum machen wir es alle nach Tobi alles fehlte du warst da oh Gott Willi was war das warum war es den Tod weil ich angepickt war oh Gott oh komm schon ja er hat mich getötet echt ja was denn weil irgendeiner von euch mich angeschossen hat und dann sie ihn noch einmal mit der UMP hinterher gepümmelt hat und dann mach ich pümmelt also ich habe mich mal selbst getötet ich habe so eine scheiße tatsächlich gegen den Laster geworfen sauber Lenny erstmal Sportmacher also wo kann er bloß sein ich weiß nicht wo gleich da A lang A lang A lang Richtung Fitnessstudio kann aber sein dass auch ein gedrehtes der wird gleich mit der Akim um die Ecke kommen das weißt du ne ha 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 zum Glück habe ich die G18 bei wir haben gerade gesagt dass sie dir erlaubt ist ja was die ist erlaubt nein die verwirren dich die verwirren dich die verwirren dich was denn du bist das du bist so nicht oh das war knapp oh das war knapp 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 akimbo power akimbo power akimbo power let's do this shit i want your akimbo 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 i want your boobs boob lol aimboards ohja bube bube bubs 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 jetzt haben wir die kleinen kinder angelockt ich wollte gerade auch Taschen zien Oh Gott der hat sich verdient ich wollte gerade auch teuer keks guck mich über A wollen? Ich wollte eine andere haben. Ich wollte eine andere haben. Ja, Akimbo G18 ist verboten, ne? Du hast ihn schon gesehen auf A lang oben, ja? Natürlich. Sehr gut. Ich hab ihn aber laufen lassen. Ach komm, wer war da drauf? Ja, der ist jetzt neben meiner linken Eichel eingeschlagen. Ja, ich habe gesagt linke Eichel. Nice. Der war kein Stück drauf. Ey, das war ein aus, Rambler. Hä? Ja, bei mir drauf war's. Ich hab da echt noch hingeguckt. Warum hab ich das gesehen? Da kamen zwei Kugeln gerade im Dun. Ja, das mache ich jetzt nicht. Rambler hat den Akimbo Shoot für die Sniper ausgepackt. Nice. Warte, meinst du den hier? Scheiße, funktioniert nicht, scheiße. Funktioniert erscheint nur auf anderen. Ja, genau den meint die. Oh Gott. Wo? Bei, ähm, beim Brandhaus. Alter. Da wird jetzt auf andere Seite. Da wird jetzt Richtung B. Ich wollte messern. Ich wusste, dass da ein anderes Ding hat. Der war ein kleines Ding, wo Lenny vorhin drin gebraucht hat, wo ich dir mal seine Eiche vorbeigeschossen hab. Ja. Ach so, was gerade ernsthaft. Was denn? Nein. Wo? Ich hätte dich besser machen können. Heiße. Das hätte ich schon besser machen können. Ich hätt bei B geplantet. Ja, du. Oben, Haus. Ich hab's gesehen, ich wollte mal weglaufen. Scheiße. Das wär nicht so starben wärst, ne? Hast du keinen Fallschein auf der Klasse? Nee. Du lässt mich noch dritten. Das hast du vergessen. Okay. Hallo. Pass auf. Ich hab die Zeit auf 15 Sekunden gestellt. Weißt du, ne? Ja, hier liegt irgendwo in der Claymore. Okay. Claymore, Claymore, verzögert die Claymore. Achtung. Die geht gleich noch hoch. Warte, 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 warte. Ah, nein, die klärme Güse. Oh, nee, doch nicht. Oh, pff. Da kommt sie. Pff, 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 pff. It's too late before they die die Hodenklassen Ah, der war da schon wieder, ey Automaten A Oh Gott Wo ist der? Oben Alan, der kommt zu mehr, der will nicht Der will nicht Okay, vielleicht er hat mich Der will nicht mehr an dich schon Der nicht will, der hat schon, ne? Mir fällt mal grad sowas auf Sowas gelbes Guck mal nach rechts Junge Was denn? Siehst du da unten was liegen? Oh Gott, ich kann nicht durchlaufen Der hat ne Drohne, der sieht dich Ja, was soll ich denn machen außer rumlaufen Rumlaufen Alles gleich hin, schneller laufen Also du so ist Print Jump Ja, da Keine Ahnung Ich hätte ihn gesehen, aber habe ich nicht Ich dachte gerade, dass ich ihn auch gesehen habe, aber ich habe mir nicht sicher Ich glaube die hat mich nicht gesehen Ich glaube nicht Ich glaube nicht Du hast das gerade gehört Oder Willi Was denn? Ich bin verwirrt Hör mal auf, wie du es verwirrt Wir haben gar keine Drohne mehr Ne, ich sage nicht mehr So Meinen ist eigentlich das hier vorhin? Ja, das meinte ich So Ich habe sogar geschrieben Achso, ich habe gleich gelesen Warte mal Jetzt hört auf, wo ich die Nachrichten Hör mal auf Schnapp die Zeit Du hast es jetzt gelesen, oder? Was hast du denn gelesen? Doch wer ihr im Teamchat geschrieben habt Oder kann man den Teamchat nur lesen, wenn man auch im gleichen Status ist Also tot oder lebend Ja Ehrlich? Ja klar Das hätte ich so nicht geschrieben Das ist meine Position, ey Nee Das Aim, Willi Ja, was denn? Ich wollte ein bisschen sprayen hindsight Pass auf Ein bisschen spray Ei Ja, Pooh, ich habe die Skills Boah, ich got doch Skims. Rapatapatatatatatatsatatat. Remdaddad tpm, silly. Falsch gegangen, romantic. Boah! Nice, Lenny. Das war ein ganz knapper äh. Ach ne. Wow, wirklich total nice. Aber auf dem Möppel ist so gut hilfreich. Der war nicht so lang, ne? Ficken, ey. Ist jetzt gar nicht gut. Der ballert mir immer ein bisschen viel. Und sonst so. Ja, uns geht's gut. Der ist bei Kleiner Raum. Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich hab dir den voll ins Gesicht gedrückt einmal. Den Schuss. Gott, das ist der scheiß Heli. Verdammt. Ich glaub, ich hab den gesehen. Ich weiß, bin mir aber nicht. Ja. Ja, du hast mich gesehen wahrscheinlich. Aber ich mein das nicht. Ich mein das nicht. Erstmal schwimmen. Ja. 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 Ja, das ist jetzt ganz schön. Ja, das bin ich nicht. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam-da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam. Walther-Lunthe. Alter, ich muss wirklich alle in andere Channel, ey. Er wollte gar keine Geräusche zum Glück überdecken, alter Leute. Hallo. Leute, one hit. Er sitzt immer in der fucking Ecke, in der Ecke, in der Ecke sitzt er, in die Ecke macht er Sachen. Klasse wechseln, Nippel-Lutscher. Nein, nicht Team wechseln. Erstmal das Team wechseln. Da ist Team. Okay, Pool und bei A rein. Das gibt's nicht! Ist das der da hinten war? Ja, der war Pool. Habt ihr so ne Fick, 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 Fick? Drohne? Ne, das ist wirklich schlecht. Pfff. Oh, no Predator. Loll! Lenni ist in der Ecke! Läuft jetzt bei A, läuft jetzt in den A-Spot rein! Ah! Er ist jetzt schon mal in A-Spot. Ich bin durch wahrscheinlich. Richtung Pool oder immer noch in der Ecke. Dead Aim, Lenni! Dead Aim! Wo ist er hin? Da ist er! Da ist er! in die gleiche Ecke wieder gegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Und du hast drei Kugel geschluckt. Ja, wie viel hab ich dir denn bitte gegeben, du Fickgesicht? Genug! Aber du hast Revolver geschluckt. Genug! Er hat mit der RPG geschossen. Ich weiß, genug! Ey, wir führen gut. Scheiße. LP6. Ja, weil ich auch gut spiele, Ramna. Da freut er sich. Ja, siegen! Erstmal eine Lateine küssen. Oh! Ach, da ist alles klar. Aber nicht die Lateine von Charlie, oder? Oh Gott! Ah! Scheiße! Ey, willst du da rüber? Ich wollte eigentlich ne Fiesen! Hä? Alter! Alter! Hab ich mich verjagt, ey! Oh Gott! Alter, kommst du! Ich war doch drauf, ey! Das kann doch nicht sein! Alter! Was war das für ne Runde, ey! Das ist nicht alles alleine gemacht? Ne, hört sich das auch nicht, Junge. Also bist du mir gar nicht versprungen? Da wollte ich noch ein Messer. Da ist ein bisschen Blut an der Wand übrigens. Das ist eine Lüge. Das glaub ich ja nicht. Learn to sterb. Oh, Vorräte. Das ist meine Vorräte. Oh, die hole ich mir jetzt. Oh, geil, ey! Eigentlich mal Vorräte für mich. Geil. Der will nicht echt holen. Na ja, machen. Nein, da kommt der da rum! Scheiße! Der andere kommt auch noch da lang durch die Mitte. Der war in dem kleinen Pisshaus, wo ich Lenny an den Eiern vorbeigeschossen hab. Plan. Hat der nicht grad neben dir? Was hat der denn jetzt? Der Webdap, hast du's gesehen, Ramma? Ja! Ich hab dieses Auto gestattet und der Webdap nur mal stehen! Ah! Woll! Diese Loops hier mal stehen bleiben, ey! Ich hab mich das sogar noch bewegt. Ja, aber langsam. Er ist dann nur auf die Eier, gelb. Ich hab halt vorausgeschossen, weißt du? Der Sieg-Style. Sieg, Junge! Ramma, komm mal her! Nein! Wir machen uns gemütlich! Nein! Fick dich, Tobi! Der war oben drin, der kam durchgerusht. Krass, die Lüge! Was ist das denn, wo war der? Der hat mich gemessert und du siehst mal einen Ton. Da hinten parkt was noch. Hab ich nicht gesehen, dass er nicht... War noch einer, ja! Du hast aber keine Schlüssel gehört. Und Schlüssel hast du auch nicht gehört. Nee. Also eigentlich hab ich da einen gesehen. Also mir kam es zumindest zuvor. Ja, du getäuscht. Kann auch sein. Ich weiß nicht, ob ich das war. Nö. Ganz sicher. Weil ich bin da gerade hinten durchgerusht. Ich weiß nicht, welches Spiel war das nochmal? Ich weiß, ich weiß es gerade nicht. Ernsthaft nicht? Star Wars. Stimmt, oh Gott. Das Cantina Band. Oh, okay. Im Haus, B. Tosny! Ja. Anwesend! Klo. Hast du denn keinen Raum, wo er niemals ist? Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Nee, das wollte ich nicht machen. Ich weiß, was du meinst. Ich bin ein Parkplatz. Kannst 2 gegen 1. Ja, ich weiß es. Mann! Ich hab immer die ganze Zeit weg und flüchte und springe und flüche und... Ah! Von allen Seiten. In den Po. Das war ziemlich geil, wie ich ihm immer angesagt hab, Ramla wo er ist, weißt du? Und dann Ramla ich immer hinterher und ich hieß immer auf Tosny wie so ein Bekloppt da, weißt du? Und dann muss ich immer schon springen und... Gott, ey. Das konnte einiges. Achtung! Pool. Poolpark. Parkpool. Oh! Spawn bei sich hinten. Nein! Was? Hä? 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 Was? Das war so nieder. Das gab nicht meine Killcam. Ja! Ja, das ging zu schnell. Das ging zu schnell. Drei Sekunden Runde. Ich hab schon wieder meine Hände von Leiter zu Tür genommen um die an andere Stellen zu legen. Ah, ja. Alles klar. Pool! Pool! Was hast du denn so ein dummer Camper, ey? Anwesend. Der liegt ja immer im Pool, ey. Das ist kein Urlaub. Das ist ganz schön. Das ist kein Urlaub. Aber wie der... Wie der durchgewascht ist, ey. Ich hab den vorhin nicht... Aber wo schießt du noch mich? Der ist auf der Brücke, da. Das heißt, ich hab wieder im Pool liegen. Am Pool da, quasi. Am Pool da, quasi. Am Pool da, quasi. Ich lag vor... Wo ich auf euch geschossen hab, dann lag ich einmal auf den Liegen. Ach so? Oh mein Gott. Jetzt bin ich in den Liegen durchgeschossen. Und dann sagst du mir zu mir... Also du mir zu mir. Das ist kein Urlaub, ja? Was ist denn los, ey? Aua! Aua! Fuß gebrochen. Oh, das bin ich. Alles klar. Aua! Pool! Ich mach tot. Das kann er mir da. Ich wollte... Ich wollte es dir selber sagen. Das ist die Pool! Ach so, warte. Ich bin ja selber. Oh man, hab ich... So, das ist immer mal schnell aufnehmen, ne? Hä? Ja, mal schnell drei Runden machen. Oh. Nein, ich hab geschossen. Ich wollte... Oh man. Oh, noob. Pool! Ach so? Scheiße. Jetzt unten! Aua, 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 unten. Oh mein Gott, du Fickesicht! Ich stirb davon! Junge! Wie viel hab ich dir mitgegeben, du krasses Fickesicht? Das war einer bei Pool noch? Nice, fast nie! Wo sehe ich sie nicht? Nein, zwei Leute! Oh Gott! Aber gut haben wir arbeiten. Kegelschlack! Oh! Nein, KS Käse kürt! Rammler hab ich nie... Oh, nice! Äh, Quatsch! Wilms hab ich nie gesehen, weil er hinter der Schraube holt. Das ist echt... Boah, ich hab zu viel LoL gespielt, ey! Mit! Mit! Nein, ADC! So, was ist jetzt hier Toro und was ist Spotters? Lass mal ausdiskutieren. Machen wir mal einen Abgang, ne? Machen wir mal einen Abgang. Hier sind beide Mitte! Beide Mitte! What the fuck! Wo ist mein Heli? Ja, flieg! Einfach irgendwie schießt der nicht! Ja, wenn man einen Eiskite drauf hat. Ach, Scheiße! Warum sagst du Scheiße? Ja, Heli verschwindet! Weil ich weiß schon warum. Ja, genau! Seit wann können Raketen durchs Fenster fliegen, ey? Ja! Und es ist ein Fenster! Das nicht! Es ist unmachbar! Gut, Lenny, dass du mir jetzt schreibst, dass der Mitte ist, danke! Kam früh die Info! Achso, die sind jetzt Mitte! Achso! Alles klar! Wir haben Vorräte! wir haben meine schüsse überlebt ich würde sagen das ist eine lüge das ist doch ein scherz wo war der jetzt haben wir geräbt die sind ganz schön useless Wie viel ist, ey? Wir müssen es ja was. Bis vor nächstes Mal. Tschüss.